Hallo, mein Name ist Charlotte Neithardt, ich bin Innenarchitektin und meine Leidenschaft ist das Einrichten von Räumen. Zusammen mit meinen Kunden entwickle ich neue Ideen und das können für Wohnräume sein, ganze Häuser, Bürospraxen, Dachausbauten, Umnutzungen überall, wo sie sich in Räumen wohlführen wollen. Am Anfang erarbeiten wir, was soll in diesen Räumen verändert werden, was gefällt ihnen nicht mehr, was für Wünsche haben sie, was für Träume, damit wir diesen möglichst ganz nahe kommen und diese umsetzen können. Anhand von Plänen, die ich ihnen erstelle, Muster, die wir gemeinsam zusammentragen, Farbcollagen, Farbstimmungen entwickeln wir immer weiter, wie alles mal werden soll, damit sie sich schon im Vorfeld wirklich ein Bild machen können, wie später einmal alles sein wird. Wenn alles besprochen ist, werden von mir natürlich auch die Handwerker dazu geholt, damit sie ihre Angebote erstellen. Hier werden nochmals Details mit ihnen abgesprochen, natürlich auch Preise diskutiert, damit auch alles in dem von ihm vorgegebenen Rahmen umgesetzt wird und auch die Koordination und die Bauüberwachung fällt in mein Gebiet. Damit dann am Ende auch das herauskommt, was sie sich wünschen. Und mein größter Wunsch ist, damit sie sich am Ende in ihren Räumen wirklich wohlfühlen. Vielen Dank, Ihre Janett Neidhardt.